Das hier ist Dirk und Dirk ist der neueste Mod von Bergbauer, der auch den Paluten-Mod gemacht hat. Leute, und Dirk kann so viele Sachen, es ist absolut krank. Ich habe das Ganze schon mal gestern und vorgestern im Sandbox ein bisschen getestet, weil dieser Held ist wirklich so mega komplex. Also er kommt mit 20 Leveln und Dirk hat so viele verschiedene Fähigkeiten. Also ich level ihn einfach mal hoch, sieht übrigens sehr geil aus, wenn man ihn hochlevelt. Er hat unter anderem zwei Drohnen, einmal die ISAP-Drohne und meine Drohne. Ich kann die Drohnen hier bewegen. Ich weiß nicht genau, wie ich die Drohne hier bewege. Auf jeden Fall kann ich mit der Drohne hin und her fahren und den Laser bewegen. Dann kann man einfach noch in die Drohnen hier reingehen und die Drohnen einfach steuern. Also komplett crazy. Ich kann hier rumfahren und kann einfach vorwärts fahren, rückwärts fahren. Ich kann mich drehen, es ist wirklich crazy. Ich kann hier verschiedene Waffen machen, also den Ice-Rower, den Air-Blower, den Feuerwerfer und dann kommt man wieder zum Eiswerfer. Man kann hier komplett rumfahren. Also es ist wirklich, wirklich krass gemacht. Und es verändert halt einfach komplett das Game, weil du hast halt einfach einen Hero, der alles Mögliche machen kann. Wir testen das Ganze heute mal auf der Karte Town Center. Und ich werde mir Dirk jetzt direkt hier am Anfang holen. Ich werde jetzt den Sound aktivieren, denn kein anderer außer der YouTuber Toody hat sogar hier extra Dirk seine Voicelines gemacht. Also hört einfach mal zu. Ich hoffe, man hört die in der Aufnahme. Wäre schade, wenn nicht. Also man hört, es ist auf jeden Fall Toody und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir gucken uns mal an, wie stark Dirk ist. Ich habe noch nicht... Oh, der redet mir viel zu viel gerade. Ich muss noch mal ausstellen. Der redet mir irgendwie noch ein bisschen zu viel. Aber also Dirk ist auf jeden Fall sehr stark. Ich will heute mal testen, wie stark Dirk komplett allein ist, ohne irgendwas anderes. Dirk kann man übrigens auch nicht verkaufen. Ich zeige euch mal kurz, was bei Level 1 passiert. Attacking Blooms with his big fists. Also das kennt jeder. Er attackt einfach mit seinen riesigen Händen und zerstört die Blooms damit. Danach supporting his sons. Every Velociraptor, Tyrannosaurus, Rex und Gigantosaurus gets 2 extra damage and attacks 5% faster. Das bedeutet, wenn man jetzt auf den Beast-Händler gehen würde, was wir natürlich in einem anderen Video machen, werden die ganzen mittleren Skillungen von Dirk einfach gebufft. Was natürlich richtig, richtig stark ist. Mit Level 3 hat er Support from his evil friend. For a short time, 5 towers can see how strong the dark side is. Das bedeutet, er kann einfach andere Türme buffen. Und ich glaube, ich platziere mal einfach einen Wurfallaffen und mache jetzt hier den Buff. Und die Türme verändern sich einfach. Guckt euch das an. Das ist nur Level 3. Die Türme werden einfach zu Minecraft-Türmen und schießen hier komplette Laserstrahlen. Sind also mega stark. Außerdem fliegt da oben die ganze Zeit so eine Minecraft-Rakete hin und her. Also es ist wirklich, was ist das bitte für ein Mod? Wir sind gerade bei Level 3 von Level 20 und dieser Turm hat jetzt schon mehr Fähigkeiten als die meisten Helden. Ich platziere mal 5 Stück, weil wir können ja später 5 Stück verwandeln. Und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen farmen, dass wir Dirk nachher ein bisschen leveln können. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall eine Bananenfarm bauen. Ich werde 1, 2 Cash-Stops abschmeißen. Okay, ich habe nur einen. Ja komm, wir kaufen uns noch 2, 3. Werfen die hier ab, holen uns einen Bananenfarmer und bauen eine 3-2-0-Farm, dass wir ein bisschen Geld machen. Dirk ist, ähm, im Moment macht er noch alles ganz easy kaputt. Wir verwandeln jetzt nochmal die 5 hier. Ich finde, es sieht einfach sehr, sehr cool aus. Und die feuern halt einfach diese Laser und zerstören einfach wirklich die Blooms komplett. Also es ist richtig geil. Bergbauer, du wirst das hier sehen. Danke nochmal, dass du wieder so einen geilen Mod gemacht hast. Also ich feiere es übel. Hat jetzt, glaube ich, auch eine längere Zeit gedauert. War ein längeres Projekt von ihm. Ich finde es richtig geil, dass du das hier so in 3D gemacht hast. Es ist mega nice, dass man die Drohnen steuern kann. Also ich finde es extrem, extrem cool. Also es ist wirklich, wirklich sehr nice gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, dass du wirklich so tolle Mods immer machst. Auch wenn es längere Zeit dauert, hat sich auf jeden Fall wieder mega gelohnt. Also man merkt auch im Vergleich zum Paluten-Mod, es ist jetzt hier nochmal eine Nummer krasser als der Paluten-Mod. Also es ist wirklich heftig. So, ich würde sagen, wir upgraden ihn jetzt mal auf Level 4. Kostet 400. Power from an Energy Drink. Power from an Energy Drink. Er hat mitgetrunken und ist noch stärker als vorher. Und er macht mit seinen Hits jetzt so Blitz-Attacken. Das heißt, die Bloons kriegen alle über Zeit Schaden, so wie man hier sehen kann. Ich glaube, ich kaufe ihm einen Affendorf, dass er ein bisschen weitere Range hat. So. Und wir kaufen ihm Jungle Drums, dass er ein bisschen schneller attacken kann und hier vorne schon hitten kann. Wir sind jetzt kurz vor Level 5. Mittlerweile Runde 18. Dirk hat noch gar kein Problem. Also Dirk haut die hier wirklich komplett um. Und wir haben einmal den Mod, beziehungsweise auf Level 5 anlocken wir Godzilla-Style. Okay, wir sind Level 5. Ich bin gespannt. Godzilla-Style. He is now able to use a long-range lightning attack. Also er hat jetzt einen, er hat jetzt einen längeren, einen Lightning-Attack. Ich glaube, das ist, wenn man genau guckt, genau dieser Blitz, der ab und zu hierher fliegt, der die Bloons die ganze Zeit über die ganze Map hitten kann. Und er ist jetzt auch, er kann jetzt auch unsichtbare Bloons angreifen. Okay. Ich upgrade das Ganze nochmal. Und dann ist er auf Level 6. Okay, wir müssen mal kurz Level 6. Ich muss hier mal reingehen. Hier kann man es besser lesen. Okay, also der Tyrannosaurus Rex, der Gigantosaurus, haben jetzt 20% weniger Ability-Cooldown. Und sie attacken 10% schneller. Das ist jetzt kein großes Upgrade, weil wir heute keinen, weil wir halt den Beast-Händler heute nicht mit reinmachen werden. Wir werden heute nur gucken, wie stark Dirk alleine ist. Und ich würde sagen, ja, die 5 Bloons für die Fähigkeit muss ich halt auch draußen haben. Ich meine natürlich Türme, nicht Bloons. Und wir werden einfach mal gucken, was er mit Level 7 machen kann. Dirk summons one life link energy ball. Okay. Ah, ist das dieser Kreis um ihn herum oder was ist das jetzt? Ah ne, das ist dieser kleine Ball hier vorne vor Dirk, der hier rumfliegt und auch Schaden macht. Der ist zielsuchend und schießt auch Blitze. Okay, finde ich sehr stark. Ja, ich weiß nicht genau, kann Dirk lila Bloons angreifen mit den ganzen Blitzattacken? Vielleicht sollte ich auf MIB gehen. Ich glaube, ich gehe als nächstes auf MIB, dass er wirklich Blitzattacken, dass er alle Arten von Bloons kaputt machen kann. Wir müssen mal kurz gucken, ob er in Runde 28 die Bleibloons kaputt machen kann. Sonst brauchen wir jetzt direkt das MIB. Okay, er kann die Bleibloons kaputt machen, dann brauchen wir es jetzt noch nicht. So, MIB ist gekoppt. Das heißt, er kann jetzt auf jeden Fall alle Arten von Bloons kaputt machen. Wir sind in Runde 35. Dirk ist ein bisschen am strugglen, kriegt es aber noch hin. Wir haben hier hinten auch noch die 5 Urfallaffen. Theoretisch kann ich auch einfach die Fähigkeit aktivieren. Die verwahre ich mir mal für Runde 36 hier, für die ganzen Bloons, die da kommen. Und jetzt knallen wir... Ja, also mit der Fähigkeit kommt gar nichts durch. Das ist wirklich zu krass. Also diese 5 Zombie... Sind das Zombie-Minecraft-Characters? Ich weiß es gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was das genau für Minecraft-Characters hier sind. Die habe ich nämlich selber noch nie in Minecraft gesehen. Machen auf jeden Fall wirklich kranken Schaden. Wir sind jetzt fast Level 8. Ich hole mal Level 8. Stronger Fists are now able to push Bloons away. Also er kann jetzt einfach mit seinen Fäusten die Bloons auch zurückpushen. Was ich bisher noch nicht gesehen habe. Also für mich sieht es nicht so aus, als würden die Bloons zurückgepusht werden. Bin ich ganz ehrlich. Oder seht ihr irgendwie wie ein Bloon? Oh doch, da werden ein paar zurückgepusht. Aber nicht viele. Also der Pushback ist nicht so stark. Level 9. Dirk-Transforming-Ability is now able to transform 7 Towers. They also have double Piers. Okay, also dann muss ich noch 2 Türme platzieren. Und jetzt kann er 7 Türme gleichzeitig verwandeln mit Level 9. Und sie haben doppelten Piers. Aber die Fähigkeit würde ich, wenn es geht, mir verwarnen für Runde 40, dass wir was gegen den Moab haben. Weil ich weiß nicht, wie gut Dirk sein Schaden gegen Moabs ist. Oh mein Gott. Runde 38 ist ganz schön hart. Okay, kriegen wir Runde 39 hin oder muss ich die Fähigkeit aktivieren? Ich glaube, das wird sehr, sehr hart. Okay, ich glaube... Letzte Sekunde Fähigkeit. Oh mein Gott, die Fähigkeit zerstört einfach alles. Okay, jetzt müssen wir nur den Moab kaputt kriegen. Wir haben keine Fähigkeit. Dirk prügel auf den Moab ein. Und er pusht den Moab auch immer so ein ganz kleines bisschen zurück, wenn man genau hinguckt. Und jetzt kommt der Laser. Und wir haben es geschafft. Okay, also Dirk ist wirklich ein Powerhouse. Dirk ist insane. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt hier für 100 Monkey Money ein Level ab. Machen wir. Level 10. Dirk Power with this energy a controllable... Okay, also wir haben jetzt die Drohne anscheinend. Und die Drohne, wenn ich die Fähigkeit aktiviere, kann die alles terminieren. Ich aktiviere mal die Drohne. Oh, das ist die Drohne. Okay, also wir können das steuern. Warte. Ich gehe runter. Warum sieht das hier so komisch aus auf dieser Karte? Warum sieht das hier so komisch aus? Nein, ich glaube, wir müssen Dirk auf einer anderen Karte spielen. Ich glaube, die Karte ist verbuggt für die Drohne. Okay, ich switch mal kurz zu Monkey Meadows. Okay, wir sind jetzt Level 11. Ich habe die Karte geswitcht auf Monkey Meadows, weil hier funktioniert das mit den Drohnen besser. Stattmitte hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Vielleicht liegt das auch einfach an der Karte. Wir sind jetzt Level 11. Oh, und wir sind im Freeplay. So, wir gehen ins Freeplay rein. Wir sind jetzt Level 11. Wir haben jetzt die fliegenden Drohnen. Das sind, äh, ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie die von Star Wars. Außerdem haben wir mit Level 11 Master Developer. Der controls now two jets with his mind. Also das sind diese Jets, die er kontrolliert. Und ich aktiviere jetzt mal die Drohne. Das hier ist die Drohne, Leute. Und mit der kann ich halt jetzt rumfliegen. Und ich kann hier halt die ganzen Bloons zerstören mit dem Flammenwerfer zum Beispiel. Guckt euch das an. Wenn ich hier den Flammenwerfer hinstelle, der zerstört einfach alle Bloons am Anfang. Dann haben wir noch die andere Fähigkeit. Wir haben unter anderem den Eisturm. Der ist auch relativ stark, weil der friert die ganzen Bloons ein. Und wir haben den Airblower, der alles zurück zum Anfang macht. Ich bleibe mal erstmal beim Airblower, würde ich sagen. Und wie komme ich hier wieder raus aus dem Menü? Also ich gehe jetzt mal raus, weil wir wollen erstmal nur Dirk sehen. Und ich werde später nochmal in den Modus reingehen, wo ich die Drohne fliegen kann. Denn, ja, damit haben wir auf jeden Fall... Oh, ist diese Drohne das kleine Ding? Bergbauer, schreibt mal in die Kommentare. Ist dieses Teil hier dieses fliegende Ding, was man selber steuern kann? Oder gehört das... Das gehört nicht dazu, oder? Das ist nochmal was anderes. Ich glaube, das, was man steuern kann, das sieht man gar nicht. Oh mein Gott, mit Runde 49 haben wir ein ziemliches Problem. Ich verwandele jetzt alle sieben. Und, ja, die Minecraft-Türme rocken wieder alles komplett um. Durch die Mitte fliegt wieder die Rakete. Es ist zu crazy. Es ist wirklich zu crazy. Wir gehen auf Level 12. Energy Shock. Everything energy-based got way better. Also, now he's transforming up to ten towers. Das heißt, wir können nochmal zwei Türme mehr platzieren. Ne, drei sogar. Wir können drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, wir haben zehn Stück. Und, ähm, wir können jetzt zehn Stück auf einmal verwandeln. Außerdem haben wir hier jetzt nur Portal Gun mit Level 13. Steht einfach nur Portal Gun. Ich geh mal drauf. Und, was macht er mit der Portal Gun? Okay, wir haben auf jeden Fall drei von den Dingern jetzt. Ich glaube, das ist mit Portal Gun gemeint. Leute, der Mod befindet sich übrigens noch. Ähm, der ist noch nicht komplett fertig. Also, es werden noch ein paar Sachen überarbeitet, wie die Texte und so. Deswegen wird der Mod aktuell noch nicht öffentlich, ähm, gepostet. Aber ihr könnt euch den bald runterladen, hat Bergbauer geschrieben. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber sobald er komplett für alle available ist im Mod Helper oder so, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid sagen. Und auch jeden, und auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu machen. Ähm, wir haben eine neue Fähigkeit. Und zwar diese Portal Gun. Ich aktiviere sie mal. Auf Dirk. Ich weiß nicht genau, was mit Dirk passiert ist. Aber ich konnte die Portal Gun auf ihn machen. Ich will sie nochmal benutzen. Okay, ich aktiviere sie mal auf ein. Ah, er kann mit der Portal Gun die Position wechseln. Er hat die Position jetzt gewechselt mit einem Wurfallaffen. Jetzt verstehe ich, was er machen kann. Okay, das ist cool. Ich aktiviere mal die Drohne. Ich fahre nochmal schnell mit der Drohne runter. Und blase hier die ganzen Bloons weg. Oh, da ist ein Moab, okay. Der Moab fliegt immer viel höher als die anderen Bloons. Äh, wie kann ich nach oben fliegen? Nein! Ah, verdammt. Die Steuerung ist noch ein bisschen kompliziert. So, ich brauche die Portal Gun. Ich muss wieder rüber switchen. Außerdem brauchen wir eine Bananenzentrale. Portal Gun, wir wechseln Position. So, Dirk. Hau drauf. Ah, Runde 59 kriegen wir es kaputt. Ist ganz schön close. Ich aktiviere nochmal die Fähigkeit. Sicher ist sicher. BFB. Okay, was machen wir mit einem BFB? Ich glaube, den müssten wir komplett auseinander prügeln, oder? Ja, Dirk. Dirk haut drauf. Dirk haut komplett drauf. Nice. Okay, Level 14. Terminating Engineering Skills. Dirk modified his drones and also added a new weapon to his jets. Okay, wir haben eine neue Waffe beim Jet. Die gucken wir uns an. Und zwar haben wir... Warte mal. Welche neue Waffe? Flammenwerfer? Airblower? Wir haben keine neue Waffe, oder? Oder ist das... Ah, die Jets sind die anderen Dinger, die ich nicht selber steuern kann. Das hier ist, glaube ich, die Drohne. Genau. Ich feuere auf jeden Fall mal hier voll in die Bloons rein. Oh, da oben ist ein Moab. Ich fahre in den Moab ein. Oh, das ist so schwer zu lenken. Okay. Wir drehen nochmal. Okay. Ich feuere komplett auf die Moabs. Und die Jets werfen Raketen einfach auf die Moabs. Okay. Okay, nice. Ich habe die Moabs gefokust. Ich fahre wieder auf den Boden. Ich drehe hier einmal. Ich schieße wieder auf die Bloons, bis wieder ein Moab oder so kommt. Es macht so Bock, Leute. Es macht wirklich übertrieben Bock. Wo ist hier ein Moab? Okay, hier ist kein Moab. Ich bin zurückgeflogen. Wir fliegen wieder runter. Ich drehe. Ich werke jetzt mal die Waffe auf dem Eiswerfer. Okay. Wir machen übertrieben viel Schaden. Ich frie einfach alles ein. Ich fahre durch die Bloons durch und frie einfach alles ein. Es macht so Bock. Oh, ich frie die BFBs ein. Ich muss ein bisschen näher ran. Ich wechsle nochmal auf den Airblower. Und schieße von hier. Oh, BFBs wieder oben. Ich muss nach oben fahren. Ne, Moabs. Ich glaube, ich bin mitten in den Moabs. Ich muss einmal drehen. Ich wechsle auf den Flammenwerfer. Okay. Ich treffe auf jeden Fall. Ich bleibe mal hier oben für die ganzen Moabs, weil die spawnen immer hier oben. Und ich fahre ein bisschen runter. So, jetzt kann ich voll drauf feuern. Oh, das macht so Bock, Leute. Das ist, als würde ich wirklich den Moab komplett selbst verteidigen mit dem Flieger hier. Okay, ich wechsle nochmal die Waffe. Ich frie die jetzt ein. Der nächste, der kommt, der wird nochmal komplett eingefriert. Okay, ich gehe mal raus aus der Drohne. Und wir gucken mal an. Dirk ist jetzt fast Level 15. Ich skill den jetzt auf Level 15 hoch. Wobei, ich kaufe mal eben noch hier eine 5er Farm. So, ich kaufe Dirk auf Level 15. Wir haben die Fähigkeit Energy Cores. Press Tab to switch your current drone and control the position with your arrow keys. Ah, okay. Ich kann also... Ah, jetzt verstehe ich's. Ah, ich kann... Okay, okay, okay. Dann würde ich die Drohne gerne hier platzieren und die andere Drohne hier. Das ist einfach die Punji Drohne und die Tudi Drohne. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, wie man die bewegt. Okay, wir können auf Level 16 gehen und haben da Electric Strength. Every non-Paragon Tower get an Electro-Fishing Buff. Okay, also so wie ich das verstehe, kriegt jeder Turm außer Paragons jetzt einen Elektro-Buff, der die Türme einfach noch stärker macht. Was natürlich hier unsere ganzen Verwandlungstürme völlig crazy macht. Okay, ich hole das jetzt mal Level 16. Also müssen jetzt alle Türme einen Elektro-Buff haben. Oh, das Icon ist auch sehr cool. Das sind so zwei Icons von dem, ähm, falscher Turm, von dem Ultra-Boost, aber ohne dieses Leuchten. Sehr, sehr nice gemacht auf jeden Fall. Wir haben immer noch die Fähigkeit, um das zu verwandeln. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal auf Level 17. Und wir gehen auf Overpowering Himself. Energy can now spring to other Bloons and his three Energy Balls combines into one Mega Energy Balls. Wo sind unsere Energy Balls gerade? Ich sehe sie nicht. Die sind wahrscheinlich ganz, ganz vorne und chillen da und machen da die ganze Zeit Damage. Warte mal, ich positioniere unsere Drohnen mal anders und zwar hier so schräg. Genau, ich positioniere die jetzt hier so schräg. Und dann müssen wir die Energy Balls eigentlich sehen, oder? Die fliegen wahrscheinlich hier vorne drin. Ich upgrade das jetzt mal. Jetzt müssen wir einen riesigen Energy Ball haben. Und wo ist er? Ah, der fliegt hier vorne rum. Er ist immer vorne auf dem Moab. Okay. Ne, das ist der Energy Ball, glaube ich. Der hier, genau. Der mit dem kleinen Pfeil. Der macht den ganzen Schaden. Okay, das ist so krass, Leute. Das ist wirklich krass. Okay, ich positioniere das Ding erstmal wieder so. Ich fahre mal hier hin. Und dann fahre ich hier drin. Ey, das ist so ein krasser Mod, Bergbauer. Also ohne Mist, das ist wirklich der heftigste Mod, den ich bisher gespielt habe. Also mit Abstand der komplexeste. Wirklich, wirklich krass. Ich habe zwar... Wobei, dieser Boss-Mod, den ich letztens im Livestream gespielt habe, der war auch sehr komplex. Wo man 120 Runden spielen musste. Aber das hier ist wirklich, wirklich insane, Mann. Das ist wirklich heftig. Wir gehen auf Level 18. Dear Kareen. Dirk's getting an extreme healing factor. Ah, okay. Ich verstehe. Er kann jetzt bis 1000 Leben, die ganze Zeit 1000 Leben regenerieren. Doesn't work while your drone is active. Okay, also er kann jetzt einfach die ganze Zeit immer 1000 Leben regenerieren. Das heißt, wir werden jetzt die ganze Zeit permanent 1000 Leben haben. Was komplett stark ist. Also es ist wirklich dick. Es ist komplett das Powerhouse. Ich würde sagen, wir holen uns noch... Na, ich würde Dirk eigentlich schon gerne da lassen, muss ich ehrlich sagen. Okay, warte mal. Ich mach das mal so. Ja. Oder... Na, doch. Na, doch. Ich will ihn da lassen. Nee, nee. Wir lassen ihn da. Ich würde sagen, wir gehen auf Level 18. Ah, nee. Auf Level 19 schon. Also er ist jetzt einfach im God-Mode und macht einfach alles noch, was er macht. Viel extremer. Und Level 20. Over the top. Dirk shares his power now even with Paragons. And... Ich muss noch kurz drauf gehen. As a bouncer, he's never going to leave his work. You can't sell... Nee, warte mal. And... Okay, mehr Text steht da gar nicht. Also steht gar nicht der letzte Text da. Ich gehe auf jeden... Ah, jetzt steht er da. Nee, steht er nicht da. Okay. Also was danach passiert, weiß ich gar nicht. Aber er ist auf jeden Fall jetzt einfach basically as God. Wir können jetzt hier immer noch die Drohnen machen. Wir können alle Türme verwandeln. Oh mein Gott, wir können uns die Minecraft-Türme in 3D angucken. Hä, wie chillig. Wie geil ist das bitte? Jetzt sind sie weg. Muss ich höher fliegen? Wo sind sie hin? Wo sind unsere Minecraft-Türme hin? Ich gehe nochmal raus. Da sind sie wieder. Okay. Ja, also Dirk ist wirklich absolut heftiger Mod. Leute, ich finde es zu krass. Ich würde sagen, wir gehen einfach in Runde 98. Gucken mal, wie stark Dirk am Ende ist. Aber es ist... Also es ist wirklich krank. Ich fliege mit meinen Drohnen wieder dahin. So. Und positioniere die genau hier über der Lane. Perfekt. Und jetzt können wir noch die ganze Zeit die Fähigkeit aktivieren. Wir haben Probleme gegen DDTs. Aber übelst. Wir sterben. Wir sterben gegen DDTs. Das ist natürlich nicht so geil. Ich positioniere nochmal die Drohnen richtig. Und wir müssen Dirk, glaube ich, an Achendorf geben. Und ich werde ihn jetzt auch mit einem Permanent-Gebräu buffen. Außerdem werde ich mir Heimatverteidigung holen. Also, ich liebe Dirk, ne? Bergbauer. Der geilste... Das ist... Ich glaube wirklich, das ist der geilste Mod, den ich je gespielt habe. Ich muss... Also, zumindest so von einzelnen Towern her und so ist das definitiv der geilste. Ich muss sagen, ich feiere auch Roguelike-Mod-Extreme oder so. Aber, also, danke für den coolen Turm, wirklich. Ihr könnt mir ganz gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Videos sehen wollt. Und, ähm, was ihr hier für Videos zu Dirk sehen wollt. Weil ich werde definitiv mehrere Videos hier zu Dirk machen. Ich finde den absolut crazy. Jetzt mit MIB kriegen wir den auch easy kaputt. Und mit, ähm, mit dem hier... Kriegen wir den BAD kaputt? Oh mein Gott, ich camp selber gegen den BAD einfach. In der Drohne. Los, fahr nach vorne. Warum fahre ich so langsam? Okay, ich feuer mit Feuer drauf. Ich wechsle auf Eis. Nee, ich glaub Eis ist nicht so gut. Ich glaub Feuer ist am besten. Wir feuern komplett auf den BAD drauf. Come on, wir müssen den BAD kaputt kriegen. Ich wechsle danach direkt zu Eis. Ich flieg actually durch den BAD durch und flieg dann hinter ihn. Okay, jetzt muss ich eine Drehung machen. Okay, wir schießen von hinten auf den BAD. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu Dirk alles sehen wollt. Weil, dieser Mod, hier kann man so viel Content zu machen. Das ist, ist wirklich so geil. Ich hoffe auch, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Mod officially released wird. Ich kann leider keine Fähigkeiten aktivieren gerade. Ich mach Eis. Ich friere die ZOMGs komplett ein. Oh mein Gott, das ist so broken. Ich friere die komplett ein. Die können nicht fahren. Und jetzt puste ich alle zurück. Oh, wir haben Runde 100 geschafft. Selber mit dem Flugzeug ist das geil. Leute, das soll's gewesen sein von Dirk. Es wird auf jeden Fall noch Content zu dir kommen. Es ist wirklich... Ich kann mich nur wiederholen. Dieser Mod ist insane. Ich hatte so lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Bloons-Video wie heute. Es hat mich wirklich... Es hat mich... Ich find's geiler als das Update. Ohne Witz. Ich find's einfach richtig geil. Das soll's gewesen sein, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ganz gerne tun. Ist komplett kostenlos. Könnt auch dem Video ein Like und ein Abo da... Ähm, ein Kommentar da lassen. Jetzt hab ich mich wieder am Ende versprochen. Super Outro, ey. Und, äh, ja. Das soll's gewesen sein, Leute. Macht's gut. Habt einen wunderschönen Abend. Oder morgen. Oder nachmittag. Und ciao. Ciao.